ja hallo und herzlich willkommen und wir schieben immer noch den was auch immer das sollen soll ich glaube in schienenwagen voran schön dass ihr wieder dabei seid ihr seid direkt bei trends 17 tv und 1886 jaja mal gucken wie lange wir den noch auch wir sind da schieben müssen wieder durchkommen diese mit lakshmi unterwegs kümmere dich um die wache wo ist die wache wo ist die wache da okay da müssen wir jetzt schleichen aller assassin's creed ich bin's das hier ist privat besitz ich wusste es doch hat mich in den tunnel verirrt wer sind sie ein weiterer verirrter in dieser heiligen stadt wie mir scheint dürfte ich wohl fragen wo bin ich blackwall werft vereintes indian docks definitiv nicht wo ich dachte gehen sie dahin zurück wo sie herkommen zurück durch die tunne wäre doch vielleicht einfacher die straße zu nehmen finden das lobby allerdings auch so kommt euch mal allein da ist die straße den sonnenaufgang hier an das ist sowas von genial wie schön dass hier alles ist es ist eigentlich viel zu schade hier so durch zu rasen wir gucken wir auch noch mal eben ist da noch was dahinter ist irgendwie was die stadt baut das flussufer aus hier ist ein weichenstellhiebel für die gleise hier noch mal eben was ist das hier ich muss mich da mal eben vernünftig vorstellen jawohl ist in ordnung so jetzt müssen wir wieder schieben so kommen lakshmi auf geht's helfen sie mir mal lakshmi wo will die denn jetzt hin bereit endlich die hellste ist ja nicht gerade wie es aussieht nur noch ein stückchen nur noch ein stückchen nur noch ein stückchen okay stopp von hier müssten wir rauf klettern können gute idee es führt ein weg hinüber ist das geil diese dieser sonneneinfall einfach nur genial so ja wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin hier und passen sie gut auf hier ist richtig da auf das kleine ding steck mal jetzt hier sauber und jetzt hier hochklettern ahja alles klar das ist ja gelenkig ne muss man ihm ja lassen geben sie mir die hand da muss man rein ich schließe das tor von innen auf hier ich helfe ihnen oh pass auf du lass dich da nicht piekst schnell früher oder später kommt hier eine patrouille vorbei nur noch einen moment scharf schütze Mist wo ist der denn was jetzt Ritter glauben sie immer noch dass wir niemanden töten sollen in deckung bleiben ich versuche den scharf schützen zu erreichen fragt sich nur wie da komme ich nicht rum wo ist der Sack denn wo ist der denn der Sack wo ist der denn der Sack ich kann die nicht sehen wo ist der denn der Sack Ich komme da ja nicht rein. Hier rum. Kann ja nur so sein. Andere Möglichkeiten gibt es da ja nicht. Habe ich auch noch eine andere? So, den haben wir. Vielleicht komme ich auch mal an anständige Waffen ran jetzt. Oh, schön. Oh, hier gibt es vernünftige Waffen. Nimm sie dir. Und noch eine. Und Waffen. Mal gucken, wie ich hier jetzt runterkomme. Springt der hier rüber? Hier rauf? Jawohl. Da ist noch eine Munition. Wo ist der denn? Jetzt kann ich nicht weiter. Ich muss da irgendwie runter. Ich muss hier irgendwie raus. Ach so, ja, 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 alles klar. Moment, jetzt haben wir, jetzt haben wir es. Ich muss hier rüber. Okay, okay, okay. Okay. Ich muss sie erst mal sehen, dass ich sie da... Ach, da sind sie, okay. Mein Gott, wie oft muss ich die dann treffen? Ich bin mal das Gewehr jetzt. Jawohl, da ist das schon ganz anders hier. Da, okay. Jawohl. Da kommen wir der Sache schon näher. Muss noch irgendwo einer sein hier. So eine Ratte. Da ist noch einer. Okay. Ach, nee, das ist... Das ist... So, den haben wir... Die Straße ist frei. Passen Sie auf, ich kümmere mich um den Scharfschützen. Mist, jetzt jemand. Ich brauche Verstands und Verdamme. Dafür muss ich den erst mal sehen, wo der ist. Wo bist du denn, Scharfschütze? Hier irgendwie runter. Hier komme ich durch. Oh, shit! Da ist der! Shit, shit, shit! Oh, schnell neben, schnell neben. Oh, das war knapp. Alter Schwede. Das war knapp. Mein lieber Schwan. Hat der auch noch was? Ist noch Munition. Okay. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Okay. Hier runter? Nee. Da geht er nicht runter. Hier. Genau. Zack. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, das war ja heavy. Oh, man. Krass zumalto. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht den ganzen oberen Level nochmal spielen. Man wird hier, ne das geht Man wird hier immer ziemlich hart bestraft Schnell die andere Waffe So Sobald ich da runter springe, ich brauche eine bessere Deckung Ah, das ist aber auch dunkel hier Ich kann die immer nicht so schnell sehen Dahinter die Truhe Wo ist der? Ach da kommt die Oh Shit, 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 shit Ne, 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 so wird das nix Da hat man ja kaum ne Chance Mein Gott, sind die alle schnell drin Ich muss die passende Deckung finden Die kommen Da ist noch Munition Die Deckung, da ist Schitte Die sind ja so schnell drin Hier ist Da, da, oh, oh, oh Hier ist überhaupt keine Deckung Ich brauche Deckung, ich muss in Reichweite kommen Ich habe hier überhaupt keine Deckung Keine Chance Ja, ne, es ist fast unmöglich hier Hier kannst du dich nirgendwo Da kommen 200 Leute rein Kann doch ein bisschen dauern hier Hinter den Tisch da hinten Da Da Jetzt noch Boah Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho Überhaupt keine Chance hier. Astrein. Überhaupt keine Chance. Ich kann die... Mann! Du guck dich doch da richtig, Mensch. So, ich muss da gleich... Du hast ja überhaupt gar keine Zeit hier irgendwie zu reagieren. Nee, keine Chance. Ich hab nicht mal eine Zeit, eine Granate zu nehmen. Die kommt da gleich mit 100 Mann rein. Ich hab nicht mal eine Zeit,